Ladies and Gentlemen, ahoi und willkommen auf unserem Kreuzfahrtschiff hier in Mördemystery mit Flo. Wir machen Urlaub. Ist das nicht nice? Hier ist ein Mörder auf dem Schiff, war bei mir. Wir chillen einfach an der Bar. Kommst du zur Bar? Ah, zur Bar meinst du? Warte mal, wo ist die Oma unten? Oben, auf dem Deck natürlich. Hier ist der DJ, der macht uns Musik. DJ Mörder heißt der. Oh mein Gott, ich habe mich aufgefallen. Und wo ist jetzt die Bar? Ich sehe nur den Pool. Ich bin beim DJ. Ich sehe ihm das schon an. Wobei, ich glaube, die Mörder, die sind eher so unten unterwegs. Oh Mann, ist das cool hier mit den Liegen. Ich würde nicht gerne hinlegen. Wir müssen den Mörder kriegen, damit wir wirklich Urlaub machen können, Flo. Das stimmt. Dann können wir das Schiff übernehmen. Ja, wäre richtig cool. Kannst du segeln? Äh, nö, aber ey, würde ich eigentlich gerne mal machen. Das wäre halt ultra cool. Wir könnten mal so einen Segelurlaub machen oder sowas. So mit Jobs zusammen, weißt du? Und dann gehen wir unter. Ja, weil Jobs mit dabei ist. Warte, hier liegen Leichen. Das ist der Mörder, glaube ich. Wer, wer, wer? Ich weiß nicht. Oh nein, du musst schnell rein. Was? Was wäre so dein absoluter Traumurlaub? Wo würdest du sagen, so das ist, äh, perfekt? Ja, irgendwo am besten, wo ich mit dem Auto hinfahren kann. So ein Roadtrip finde ich richtig geil. Echt? Ja, und dann halt irgendwo, ich weiß nicht. Und was machst du denn? Also, ich meine, du fährst mit dem Auto und dann? Äh, was mache ich dann? Dann bin ich irgendwo, treffe ich mit jemanden. Äh, und, keine Ahnung. Einfach, 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 irgendwas Gutes essen, ich selber was machen musste. Keine Ahnung. Kochst du sonst selber oder was? Also, ich koche, aber, ja. Okay. So die billige Variante. Erwärmen. Warte, der Mörder, ich habe ihn gesehen. Der da ist, der Mörder, Flo. Geh da nicht hin. So ein Typ mit grey hair. Da sind zwei Detektives. Ja, das haben wir auch schon mal geguckt, aber du fliegst da halt 16 Stunden oder so. Da ist der Mörder, der mit der Maske. Oh mein Gott, es sind zwei Mörder hier. Ich habe beide schon gesehen. Ja, ja. Hast du geschrieben? Und blond hair. Ja, 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 ja. Ich bin nicht hier, ich verstecke mich mit denen. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Warte, da ist der andere Mörder halt. Der mit dem TV-Hat. Der Detektiv macht aber nichts. Oh Mann, was soll denn das? Hat er einen Mörder? Es sind beide hier, es sind beide hier, es sind beide hier. Das heißt, unten ist keiner. Das heißt, ich gehe mal runter. Vielleicht liegt hier irgendwo ein Bogen. Der TV-Hat. Okay, der eine Bogen wurde gedroppt. Nein, er ist bei mir. Auch eine Maske, auch eine Maske. Nee, ein Fernseher, Fernseher. Der Fernseher ist noch, der lebt noch, oder was? Der Fernseher, der lebt. Der ist aber nicht im Keller, oder? Ich bin halt gerade im Keller. Der ist oben gerade, läuft gerade runter, glaube ich, oder? Ja, läuft gerade runter. Ich habe einen Bogenschuss. Wo ist er? Oh oh. Ist er dahinten? Komm schon. Wo ist der Fernseher? Ich glaube, das war, war er das? Nee. Entweder der Masken-Typ oder der Fernseher-Typ. Wer lebt denn jetzt? Maske ist tot. Maske ist, glaube ich, tot. Maske ist tot, also TV-Typ. Aber ich sehe auch kein Fernseher mehr. Hä, wo ist denn der Bogen jetzt gedroppt worden? Versteck dich einfach, ist richtig komisch. Ist das der Mörder? Hä? Sind hier drei Mörder drin in der Runde? Nee, ist das schießend. Nein! Save on your drei Mörder! Was? Das war keiner von denen gerade. Oh, der Maske. Hä? Aber die hat da ein Schwert. Warte, wer ist jetzt hier? Ich muss es wissen. Wer ist jetzt hier der Mörder? Da fliegt ein Pfeil. Sie ist auch Mörderin? Wir haben hier drei Mörder in einer Runde. Oh, die habe ich im Anfang schon gesehen. Aber da dachte ich, dass es die nicht ist. Weil der Fernseher-Typ jemanden gekillt hat. Als ob. Und wir haben trotzdem gewonnen. Rolle Detective, finde und kille die Mörder. Ich hoffe, dieses Mal sind es keine Vier-Mörder oder sowas. Weil da hört es auf. Direktiv Easy Cheesy. Warte, ist hier Lava. Melde sich zum Dienst. Nein! Dieses Mal sind wir unschuldig. Wie immer. Ja! Ich bin noch unschuldig. Es sei denn, ich bin Mörder. Dann bin ich... Oh Gott, die sieht aber auch aus hier. Ich bin noch Mörder. Als hätte der Mörder sich schon verunstaltet. Ihr guckt das Gehirn raus. Oh Gott. Du musst mal zum Arzt gehen, Mädchen. Hallo? Hier, die kennen die sind nicht. Die kann sich nicht mehr bewegen. Ich glaube... Doch, jetzt geht es wieder. Geh mal zum Arzt. Go to the Arzt. Das wäre besser für dich. Ich wurde gekillt. Nein, wo wurdest du... Das ist so ein komischer Typ. Schwarzer Hoodie, grün am Rücken. Okay. So ein Panda, Panda. Nee, ein Koala oder was das ist. Ja. Ich wollte es halt in den Chat schreiben. Welcome in im wilden Westen, wo die Sonne untergeht, wo die Kekse aufgehen, wo... Ich werde dieses Mörder... Ich bin kein Mörder, ich bin innocent. Ich rieche es. Ich bin innocent. Das gibt es gar nicht. Das gibt nur unschuldig und nicht unschuldig. Der verfolgt mich. Der komische Alien-Guy. Weißt du was? Ich verfolge jetzt jemanden die ganze Runde. Die Kuh. Ich wusste, auf der Map gab es mal ein geiles Secret, wo du eine Wand aufsprechen kannst. Wirklich? Nee, kann ich nicht. Aber ich weiß, dass ich die Kuh verfolge. Die Kuh? Ja, hier ist so eine Pilzkuh. Und der soll sich so richtig verfolgt von mir fühlen. Das ist vegan. Ist eine Pilzkuh eigentlich jetzt vegan oder nicht vegan? Wer ist der Mörder gewesen? Was? Nein, wie und wer ist das denn? Oh, ich bin doch mal Detektiv, Flo. Ich habe richtig Glück. Yeah. Ja, aber mit den Detektiven zu Team und ist aber nicht erlaubt, steht bei mir. Wirklich? Was? Warte, was? Ja. Bist du Mörder? Nee, nee. Du bist Mörder? Wo bist du? Komm her, Flo. Ich töte dich. Warte, da ist... Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich kann wieder. Ich töte da hin. Ist mir doch egal. Oh, nein. Du bist recht. Ich wollte dich verschonen. Das gibt jetzt Rache, Flo. Ich wette, ich bin Mörder. Ich wette, du bist jetzt wirklich Mörder und killst mich. Ich verstecke mich schon mal. Solltest du. Er sei denn, du bist wirklich Mörder, denn ich bin eigentlich Detektiv. Warte, bist du wieder Mörder? Hör auf. Ich wäre gern Mörder. Wir sind zwei mit dem selben Skin. Ich wäre auch gern Mörder. Komm mal hoch. Die Treppe nachher rechts mit den Leitern. Ich will die Leute hier beobachten. Die Treppe hoch, okay. Ich bin oben. Oh, oh, oh. Schwarze Katze, schwarze Katze. Schwarze Katze? Nee, einfach so ein Typ. Full, tief, schwarzer Hoodie. Weiß, so ein schwarzer Hoodie. Ich schaff mir. Der Grachtleute gekillt, oben. Acht, Leute? Ja. Boah, das ist ja ein Massenmörder hier. Ein Bogen wurde gedroppt. Das heißt, der hat den Detektiv auch schon getötet. Er ist schon unten, genau unter dir. Was? Ich... Was ist... Er hat irgendwas mit Cheesy-Mörder geschickt. Dort, zieh, 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 dort, wo du gerade hinguckst. Da ist er. Hä? Der Typ da? Bei der Treppe, bei der Treppe. Schwarz und weiße Hose, ja. No, 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 no. Gott, nicht runterfallen. Er weiß nicht, wo du bist. Okay, er kommt hoch, warte. Nein, ich habe mein Pfeil verschwendet. Oh, ich glaube, du bist Detektiv. Weg hier. Ja, aber trotzdem, ich kann nur alle paar Sekunden schießen. Ey, du bist wahrscheinlich gleich die Letzte. Oh, mein Gott. Äh, andere Ende vom Raum gerade. Ja, dort, wo du hinguckst. Warte, da ist er. Nein, ich habe wieder nicht geschickt. Das heißt, das sind die beiden? Die sind beide Mörder, oder? Ja, safe. Guter Punkt. Sonst hat er sie ja gekillt. Warte. Ja, eins habe ich. Ja, ist sehr gut. Er ist da hinten. Er kommt, er kommt, er kommt. Oh nein, nein, nein. Bleib da, bleib da. Nicht den Engel raum gehen. Er ist halt Profikiller, er ist ein Serienmörder. Pass auf. Du musst Long Range gehen. Ich muss halt weit weg gehen, vor allem. Ja, der versteckt sich da hinten. Der ist quer von dir. Der ist da auf der anderen Seite, ne? Das ist nicht gerade. Ja, ja. Nicht auf der einer Seite, auf der anderen. Ist er auf meiner Seite? Nee, auf der anderen. Er guckt. Er schießt schwer, aber übelst bald. Innocence win in 60 Sekunden. Hey, wenn er es schafft, das stimmt. Ich gewinne auch mit der Zeit. Er ist unten. Ey, der. Was macht der Öffchen und der zickzack? Komm der jetzt zu meiner Seite hoch? Oben raus, oben raus. Hey. Kurz vor der Tür. Treppe. Raus. Warte, ist er runtergefallen? Ja. Yes. Er hat den Sprung durchgeschafft. Warte, nee, das ist das. Der liegt nur leicht. Er geht zurück. Wo ist er? Deine Seite kommt hoch. Deine Seite kommt hoch. Rann auf die andere Seite. Okay. Er kommt gleich raus, oben. Warte, auf welcher Seite ist er jetzt? Deine, deine, deine. Nee, nee. Ich bin ja jetzt auf der anderen. Ja, dann ist er quer. Er hat gleich gewonnen in 50 Sekunden. Was ist das für ein Duell? Ich treffe ihn halt auch nicht mit dem... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und... Innocent win. Yes. Ralle, Innocent. Bleib so lang am Leben, wie du kannst. Ah, nee, war ein Witz. Ich bin ein Mörder. Ah, ich glaube, du kriegst die Tüge. Für erst hole ich mir den Tiger hier. Die sieht voll cool aus. Die ist quasi, die hat so ein Tigerkostüm an. Einer schreibt Keks. Voll süß. Ja, was ist das? Allerbester. Ich glaube, der findet den Namen cool. Name der Welt. Danke. Ich musste mich umbenennen. Detective ist tot. No, hier sind zwei Tigermädchen. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich wusste nicht umbenennen, weil wir in Bad Wars zu viel Target bekommen haben. Weil alle wissen schon, dass ich genickt, ihr sich Einhorn heiße. Jetzt habe ich mich umbenannt. Wie kommst du an den Namen? Es ist das aktuelle Ding gekauft. Mann, er ist ein Mädchen in den roten Klamotten. Nein, ist die hinter mir? Ich schreibe es. Nein. Nein. Ich bin schon wieder Detektiv, Flo. Was ist denn hier heute los? Mein Tag. Irgendwie glaube ich dir nicht. Als größter Detektiv. Ja, willst du meinen Bogen sehen? Ja. Okay. Will ich. Ja, okay. Ich bin in der Mitte. Komm, hier. Schau es dir an. Zeig ihn dir. Wenn du möchtest, kannst du ihn gerne mal probieren. Ja, mach raus. Ich gucke von weiter weg. Kleinen Pfeil in deinem Ohr. Ja, wo bist du? Da ist der Mörder. Der Lava Head, oder? Hä, ist der Mörder? Der hat so einen Rüstungsständer in der Hand. Ach nee, das ist, glaube ich, kein Schwert, oder? Ich glaube nicht. Okay, ich beobachte die Szene vom Dach aus, okay? Junge, der hat mir voll Angst gemacht, der Astronaut. Ja, wo bist du? Wenn mir was auffällt, dann sage ich es dir. Ich bin am Dach, blaues Dach. Okay, ich komme zu dir. Ich würde auch gerne mal... Genau, beobachte mal, wer wen killt. Hier ist so ein Lava-Typ, so ein Creeper, so ein... Ich glaube, der will nur mit mir kommen, weil er denkt, ich bin der Lava-Creeper. Der heißt nämlich Hot Lava-Creeper. Hi, Lava-Creeper. Die da oben, die sind auf jeden Fall Innocence. Nein, jetzt fängt es an. Geh rein, geh rein! Ja, aber hier oben sind wir safe, oder? Ach so, hier oben sind wir safe, ja, stimmt. Warte, ist der Steve da hinten, Mörder? Der hat ein Eis... Was hat der da in der Hand? Der Steve da, was hat der da? Ein Eimer, oder was? Weiß ich nicht. Ah nee, der hat dieses Ding, was du kaufen kannst, dieses Clay. Mörder-Item oder so, dieses Bälle zum Schießen. Ach so, da ist so ein Opa. Ja, ich hab den Mörder. Typ im grauen Anzug. Grauer Anzug. Okay, bleib selbst, ich hab einen Bogenschuss. Ich hab einen Bogenschuss. Nein, 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 geh ruhig. Schnell weg, schnell weg. Ist er hinter dir? Ja, der ist hinter mir. Der ist da rein. Wie schaut er aus? Wie schaut er aus? Ein Junge mit grauem Anzug hinter mir. Uh, der Freizeitpark. Yeah, den find ich richtig cool. Was sagst du dazu? Riesenrad, Achterbahn. Ey, was ist der größte Freizeitpark, wo du schon mal warst? Oh Gott, keine Ahnung. Was machst du am liebsten im Freizeitpark? Die Achterbahn. Wirklich? Ah, ich bin gar kein Fan. Ja, ja, ja. Ich bin mit jeder gefahren in jedem Park, wo ich war. Ey, warst du schon mal im Disneyland in Frankreich? Ich war, ja, war ich tatsächlich. Da war ich aber... Echt? Ja, da war ich auch. ...fünf oder sechs Jahre oder so alt. Du warst auch da, krass. Wann warst du da? Ja, aber... Wie lange ist das? Ja, sieben, acht Jahre wahrscheinlich. Krass. Du warst sieben oder acht Jahre? Also nicht so lange wie bei dir. Nein, ich war, glaube ich, so zwölf, 13. Ach so, okay. Und da hab ich alles gefahren. Indiana Jones Bahn, die Weltraumbahn. Aber da musst du ewig anstehen. Die haben aber zu, die Freizeitparks, oder? Ja, ja, ja. Alles noch zu. Voll schade. Ich find das eigentlich richtig nice. Vor allem mag ich Zuckerwatte zu essen. Aber es hat ja alles zu tun, das zu essen. Ich glaube, ich hab noch nie Zuckerwatte gegessen. Da hast du was verpasst. Aber das Ding ist, ich hab ne Zuckerwatte-Maschine. Aber ich muss da mal Zucker für kaufen. Ich hab die letztens gesehen und hab mir gedacht, okay, Zuckerwatte-Maschine. Sehr nice. Hab sie mir gekauft, aber... Hä, so ne kleine oder wie? Ja, so ne ganz kleine. Hm, total süß. Oh, ich dachte, die sind ja richtig riesig bei denen. Kann ich da mal ein Video von machen, wie man das macht, wie man Zuckerwatte so macht? Die sind zweitgleichen. War ne Story. Ja, genau, oder ne Story oder sowas. Dann schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr sehen wollt, wie ich Zuckerwatte mache mit meiner Zuckerwatte-Maschine. Ich weiß nicht, was ist, die laufen alle hier hintereinander her. Ich dachte, der Schweine-Pigment-Zombie. Der Sturz. Wir haben gewonnen. Junge, alles klar. Ja, cool, Leute. Das war's mit unserer Runde weiter. Müsst ihr mir das Like, damit es nicht gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, ob ihr Zuckerwatte sehen wollt. Und ja, schaut bei Flo vorbei. Das war's. Bis dann, ich alle noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta.